Jo Pieps, was geht ab? Ihr seid bei Refix Lifehacks gelandet und diese Woche dreht sich alles um die Cobra der Smartphone-Gadgets. Ich bin ja zugegebenermaßen sehr oft am Handy ein richtiger Swombie, ein Smartphone-Zombie, aber natürlich nur im Auftrag von Refix Lifehacks, um euch die besten Gadgets zu zeigen. Diese Woche Cobra Coil. Und zwar kommt die Cobra Coil mit drei Aufsätzen, die für garantiert jedes Smartphone oder auch Tablet geeignet sind. Und außerhalb davon, dass es wirklich eine unheimlich stabile Handyhalterung ist, kann man aber damit auch noch sein Handy gleichzeitig laden. Ich habe jetzt hier vom iPhone den Stromstecker genommen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wofür, warum, weshalb das Ganze, dann ist euch wohl noch nie der Arm abgefallen, während ihr geskypt habt mit jemandem. Hi. Was machst du so? I'm Shade. Oder das perfekte Selfie. Oder beim Kochen Kochvideos schauen. Oder beim... naja, ihr wisst schon. Oder einfach mal mit Cobra Coil ein bisschen abhängen. Oder im Auto. Im Würgegriff dieser Cobra befinde ich mich richtig gerne. Denn das Produkt ist richtig, richtig gut. Ich habe es jetzt schon gefühlt überall benutzt. Beim Sport, auf dem Laufband, beim... überall. Im Auto, beim Skypen, die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Deswegen habe ich davon 70 Stück für euch reserviert. War, was diesmal überhaupt nicht so einfach war. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da. Oder auch Verbesserungsvorschläge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Ich würde sagen, bis dahin und ciao. ...tele dich auf. Bei dir schon.